The French Dispatch, der neue Film von Wes Anderson, startet am 21. Oktober im Kino und bringt vermutlich die größte Castlist aller Zeiten in einem Film zusammen. Ich hab mir das hier mal rausgesucht. In dem Film spielen mit unter anderem Lea Sudow, Timothy Chalamet, Christoph Waltz, Serge Ronan, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrian Brody, Elizabeth Moss, Owen Wilson, Willem Dafoe, Tilda Swinton, Edward Norton, Francis McDormand, Benicio Del Toro, Bill Murray, Angelica Houston, Leaf Schreiber, Jason Swartzman und viele, viele mehr. Ja, Wes Anderson sagt euch vermutlich auch was als Regisseur von Filmen wie Grand Budapest Hotel oder Moonrise Kingdom, zuletzt Isle of Dogs, ein Regisseur, der schon immer mit großen Casts und tollen Schauspielern gearbeitet hat und der sich vor allem für einen sehr bestimmten, unheimlich durchdachten, detailverliebten, theaterhaften und fast so ein bisschen Puppenhaus-mäßigen Stil verantwortlich zeigt. Ich mag seine Filme zum Großteil sehr gern. Er hat für mich hier und da die Gefahr, so ein bisschen sich zu sehr in seinen zugegebenermaßen genialen Inszenierungsformen zu verlieren, aber die Filme, die ich von ihm mag, wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel, mag ich unfassbar gern, weil die haben einfach so etwas Eigenes. Wenn man einen Wes Anderson-Film sieht, weiß man immer genau, dass etwas auf einen zukommt, was man so vielleicht nicht unbedingt erwartet. Bei The French Dispatch habe ich mich ebenfalls nach den Trailern sehr drüber gefreut, denn nicht nur die Castbreite, auch der ganze Look des Films fand ich sehr, sehr spannend und die Story gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten her für Wes Anderson, viele lustige, kleine, quirky Geschichten zu erzählen. Der Film handelt vom fiktionalen Magazin The French Dispatch, was scheinbar vom New Yorker Magazine inspiriert wurde. Ein kleines Magazin, geleitet von Bill Murray, das eine Jubiläumsausgabe herausbringen will und dafür sozusagen die größten und besten Autoren und interessantesten Artikel versammelt. Und diese Artikel, geschrieben von den Autoren, sehen wir als Kurzgeschichten in diesem Film. Da geht es zum Beispiel um eine Autorin, die eine Studentenbewegung begleitet. Da geht es um eine Autorin, die sich mit Kunstwerken eines irren Massenmörders auseinandersetzt. Und all das verpackt Wes Anderson halt in seiner typischen kleinen Baukastenart und erzählt es in teilweise unfassbar toll choreografierten Szenerien. Also wie gesagt, ich habe mich unheimlich auf diesen Film gefreut, weil ich es auch immer als eine schöne Abwechslung empfinde, man Wes Anderson-Film zu sehen. Jetzt ist es bei seinen besten Filmen für mich persönlich so, dass Wes Anderson halt nicht nur von seinem Stil leben kann. Der ist zwar sehr, sehr cool und macht sehr, sehr viel Spaß, aber es muss ja auch noch irgendwas hinter den Bildern stehen, was mich zum Beispiel an die Figuren heftet und so. Grant Budapest Hotel hat das in meinen Augen zum Beispiel geschafft. Vielleicht merkt man so ein bisschen schon, worauf ich jetzt hier hinaus will, denn in seinen schlechteren Filmen schafft er genau das nicht. Und mein Herz bricht, wenn ich hier formulieren muss, dass in meiner Sicht The French Dispatch so ein Film ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Kurzgeschichten-Prinzip bietet ja eigentlich schon die Möglichkeit, viele verschiedene kleine Ideen und Geschichten auf die Leinwand zu werfen und sie trotzdem in den großen Rahmen zu pressen. Das finde ich grundsätzlich erstmal sehr interessant. Aber jetzt war es für mich leider so, dass keine der hier drei dargestellten Kurzfilme mich großartig überzeugen konnten vom Inhaltlichen. Wenn ich jetzt aber weiter erstmal beim Äußeren bleibe und mich dann erst Richtung Inneres bewege, muss ich auf jeden Fall sagen, das ist wahrscheinlich Wes Anderson's bestaussehender Film. Also er konzentriert sich hier noch mehr auf die Theaterhaftigkeit seiner Inszenierung als zuvor. Da haben wir es mit ganz vielen Sets zu tun, die teilweise in den Szenen verschoben werden. Neue Sets werden im Hintergrund zusammengebaut. Wir haben Belichtung teilweise wie im Theater. Das ist teilweise wirklich wunderschön gemacht. Er fängt auch immer wieder verschiedene Szenerien, Häuser oder Flugzeuge von der Seite ein und zeigt alle verschiedenen Räume auf einmal, in denen allen was passiert. Teilweise schwingt und fährt die Kamera durch mehrere Räume gleichzeitig an dir vorbei und du fährst mit, dass es so wirkt, als hätten sich ellenlos, ellenlang verschiedene Sets aneinandergereiht. Klar wird das alles mit Schnitttechnik gemacht, aber es sieht halt toll aus. Und auch was die Choreografien angeht. Also man hat hier so viele Szenen, in denen dann so viele Extras in diesen Szenerien im Hintergrund irgendwas machen. Immer wieder fängt Wes Anderson das auf neue Art ein, benutzt Schwarz-Weiß-Filter, verschiedene Filmformate, dann ist es wieder in Farbe, dann wechselt sich die Kameraperspektive teilweise ganz krass. Er durchbricht sogar die 180-Grad-Regel und auch das funktioniert. Also Wes Anderson tobt sich hier stilistisch absolut aus. Der Film ist in fast jeder Szene ein Poster, was du in ein Studentenheim hängen kannst. Und der Cast hat sichtlich Spaß daran, in diesem Film mitzuspielen. Also ich glaube persönlich für jede Schauspielerin, die ein Schauspieler ist, ist es ein absolutes Must, mal in einem Wes Anderson-Film mitgespielt zu haben, weil ich glaube, du hast da allein beim Dreh unheimlich viel Spaß, diese quirky Figuren zu spielen, einfach mal zu voll overacten. Die große Variation an Cast-Mitgliedern, die man kennt und die 1 Stunde 45 Laufzeit dieses Films zieht aber mal nach sich, dass manche hier sehr, sehr kurz nur vorkommen. Also wer jetzt denkt, wow, ein Wes Anderson-Film mit Christoph Waltz, das muss ich sehen. Die Minute, wo er hier drin ist, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also es gibt auf jeden Fall ein paar, natürlich Schauspielerinnen und Schauspieler, die ein bisschen größere Spotlight bekommen, Tilda Swinton zum Beispiel, Frances McDormand, Timothee Chalamet und so, die machen ihre Rollen alle super. Und auch eine sehr Wes Anderson-typische, ich sag mal fast ein bisschen kühle Art, es ist ja schon oft so, dass diese Figuren jetzt nicht immer in krasse Emotionen oder so weiter ausbrechen, sondern sehr blank ihre Dialoge und Monologe vortragen und das mehr die Musik und die Settings im Hintergrund, dieses poppige Farbenspiel und so, dass die die Emotionen auf dich als Zuschauer übertragen. Auch hier ist das so, es funktioniert in dem Sinne schon gut zusammen. Allein auch vom Kostümdesign, muss ich auch erwähnen. Mega cool. Timothee Chalamet in diesem Film mit seiner Zigarette und seinem kleinen Schnauzbart, wie er teilweise eingefangen wird, ich hab's als Thumbnail gemacht, das kannst du dir wirklich in jede Zeitung drucken, auf jedes Cover der Vogue machen oder was weiß ich, es sieht immer cool aus. Wes Anderson ist auf jeden Fall in einer Phase seines Schaffens, hab ich das Gefühl, wo er so viele Ideen hat wie noch nie. Und ich hab aber das Gefühl, dass bei The French Dispatch das dazu führt, dass der Film im Laufe der Zeit unheimlich anstrengend wird. Zumindest war das für mich so. Also, ich kann, und das hab ich jetzt hier minutenlang schon gemacht, hervorheben, wie toll dieser Film gemacht und gespielt ist. Aber das bringt nun mal nur ein bisschen was, wenn die Substanz fehlt. Und die fehlt in meinen Augen hier nicht, weil die Geschichten schwach sind oder da nicht Liebe und Leidenschaft drinsteckt. Überhaupt nicht. Hier gibt es Geschichten, die auf Vater-Sohn-Beziehungen eingehen. Es geht um Geschichten, um Einsamkeit von Autoren und so weiter. Hier ist Emotion drin, auf jeden Fall. Aber sie wird so abgefeuert mit so vielen verschiedenen Thematiken und Sets und Ortschaften und Dialogen, dass man als Zuschauer gar nicht hinterherkommt. Da gibt es dann, wie gesagt, dann gibt es mal eine Szene, auf einmal rennt Christoph Walz für eine Minute durchs Bild und dann ist er schon wieder weg. Dann kommt schon die nächste Figur. Wir sind schon wieder im nächsten Set. Dann wird wieder ein großes Dialoggefecht ausgeballert und so weiter und so fort. Und das macht der Film von Mute 1 bis zum Ende hindurchgehend. Und da ist unheimlich viel Energie drin. Ja, aber da ist so eine Schöpfungswut drin in meinem Gefühl. So ein Wille, alle Idee und jegliche Form von Inszenierung und Geschichte unbedingt hier mit reinzupressen, dass alles gemeinsam untergeht. Und zwar in einem riesigen Toru Wabo an so vielen tollen Ideen, die aber von der keine die Luft zum Atmen bekommt. Und wenn euch das gefällt, dann ist das natürlich absolut beneidenswert. Ich hätte diesen Film unheimlich gern geliebt, weil er hat all die verschiedenen Möglichkeiten dazu. Ich muss ihm am Ende aber aus meiner persönlichen Empfindung heraus 5,5 von 10 Punkten geben. Ich habe jetzt ja schon 50.000 Mal gesagt, wie toll dieser Film gemacht ist, aber für mich ist er ein Paradebeispiel eines absolut kreativen Meisterwerks in Theorie auf dem Papier. Ein Film, der sich unfassbar geil für einen richtig geilen Trailer eignet, was der Film ja auch hatte, einen richtig geilen Trailer, der aber in der Praxis so unfassbar viele Sets, Ideen und Geschichten auf dich als Zuschauer abfeuert, dass ich absolut überfordert war. Und ich glaube nicht, das liegt daran, weil ich zu dumm bin, den Film zu verstehen oder die Geschichten und so weiter, sondern weil Wes Anderson in meinen Augen hier keinen narrativen, funktionierenden Fokus hat. Und das ist schade, weil das Setup des French Dispatch Magazins ist eine total charmante und tolle Idee. Und es gibt diese Momente, die ich immer wieder toll fand. Kommt auch noch übrigens dazu, dass der Film im Großen und Ganzen eine Komödie sein will und ich ihn im Großen und Ganzen nicht unheimlich lustig fand. Das kommt irgendwie auch noch obendrauf, dass der Film so viel versucht zu sein und das alles nicht voll durchzieht. Erinnern wir uns zurück an einen Film wie der fantastische Mr. Fox. Ein Film, der nicht nur inszenatorisch absolut toll war, sondern so eine tolle Botschaft übertragen hat, weil er sich auf die Figuren und die Geschichte konzentriert hat. The French Dispatch hat so viele Figuren und so viel Geschichte, dass er sich nicht konzentrieren kann. Und so fühlt sich dieser Film an wie ein unkonzentriertes in der Theorie Meisterwerk, was in der Praxis unheimlich anstrengend war. Würde mich natürlich auch hier wie immer interessieren, wie ihr das empfunden habt, ob es euch da anders geht. Ich glaube durchaus, dass es viele Leute geben wird, die diesen Film unheimlich abfeiern und auch voll zu Recht. Und da freue ich mich auch drüber. Auf der anderen Seite wird es viele Leute geben, die den Film auch absolut schrecklich finden, weil er halt so extrem ist in vieler Hinsicht. Ich muss mich da in der Mitte einpendeln, weil ich einfach durchaus anerkennen will, wie toll dieser Film gemacht ist, aber halt viele Probleme auch hatte. Ich habe es jetzt ausgeführt, sehr, 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 sehr lang auch. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Comments, wie ihr das gefunden habt. Like, subscribt gerne, wenn euch das gefallen hat. Und dann wünsche ich euch ein schönes Kinowochenende trotz allem mit The French Dispatch und sage Ade. Bis zum nächsten Mal.